hallo hier ist der martin von money monkey ist das die dax analyse für nun die tag den vierten ersten 2022 und ihr merkt es schon dass etwas anderes format als gewohnt mein sohn hat mir nicht auf den auf den laptop gemacht so dass der kaputt gegangen sein der ist wirklich auf natürlichen prozess in einen schwarzen bildschirm zustande verfallen also akku rausnehmen und so weiter hat nichts gebracht er hat sein zeitliches jetzt gesegnet der ist breiter tot und fertig ich habe mir auch schon ersatzgerät bestellt gehabt es ist aber noch nicht fertig eingerichtet gewesen so dass ich jetzt hier nicht die möglichkeit habe die analyse normal einzusprechen ich hoffe ich kann das zu morgen wieder begradigen dachte mir aber ich mache jetzt trotzdem mal die analyse jetzt hier dann einfach per handy andere möglichkeit habe ich gerade nicht weil es schon wichtig ist dass man hier mal kurz drüber sprechen schon wieder sehe dass er viel zu viele auf der shortseite sich viel zu sehr verkämpfen einfach und wieder so eine ach ja ist mir doch egal dann soll er da oben noch 200 punkte machen das kann ich noch aussetzen das ding ist halt wo fange ich anfangen wir zuerst damit an oder fangen wir zu dem ersten damit an was wir hier eigentlich haben wollten wo ich nehme es mal schon vorweg das ding ist halt wenn der jetzt zum dienstag noch mal so 250 punkte da oben drauf legt dann ist der mahlzeit hoch wenn er da durchsteigt in einem januar und im saisonal sehr 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 starken monat dann muss man auch einkalkulieren dass er halt nicht bloß noch 50 punkte über das alte ath drüber geht und dann nach unten fällt wie so eine heiße kartoffel sondern dass er dann halt auch wirklich strecke laufen kann und das das immer wieder beim thema neujahres grundsätze vom letzten mal halten also so verlustposition aussetzen ist halt das funktioniert oft aber es gibt immer irgendwann im jahr momente wo das nicht funktioniert und da sollte jeder für sich selber überlegen aber das neue jahr gleich so beginnen möchte mit einer möglichen gefahr in diesem sinne dass eben genau sowas passiert und sowas kann eben jetzt hier passieren dass der markt hat sich wirklich jetzt hier oben einfach raus läuft und durchsteigt aber jetzt zur einordnung was wollten wir eigentlich sehen wir gehen noch mal ein paar tage zurück und hatten hier ja eigentlich sogar einen richtig schönen abverkauf im dax drin also der hat sich dann seitwärts entladen dann kam mir so ein korrekturmuster da haben wir gesagt wenn er unten raus fällt kann er richtig skanieren sollte aber auf der kante zurück und so weiter da sollte eben bloß nicht oben wieder über die 15.700 raus 15.700 haben wir zehnmal gesagt 20 mal eigentlich in jeder analyse bestimmt über 14 tage haben wir gesagt macht euch dort einen zettel an den bildschirm wenn der markt über 15.700 gibt muss man das beachten wir haben gesagt dann muss man reagieren das heißt short position reduzieren long position suchen ja gegebenenfalls position aussetzen und so weiter und so fort so dann ist der markt raus gestiegen hat hier oben ein bisschen rum umgebollert sah eigentlich ganz gut aus für den zweiteiligen rücklauf hatten dann immer wieder gesagt dass er hier an der 830 hoch kann dass er an der 780 hoch kann die 750 hoch kann so hat er ausgelassen meine erwartungshaltung war ja ganz klar für den heutigen oder für den zurückliegenden montag jetzt den abgeschlossenen handelstag dass der markt diese bewegung noch fortsetzt die am freitag angefangen hat also ich muss hier wirklich durch das handy ich kann das nicht anders kann 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 hier mit einer maus nicht zeigen also das bild hat man und haben gesagt er geht bestimmt nur runter auf 780 750 kommt von dort ab erstmal wieder hoch weil er zum neujahresauftakt einfach bisschen orientierung sucht das war unsere erwartungshaltung haben aber auch ganz klar gesagt oben ist die 940 920 960 zu dieser bereich wo ich sage wenn er da drüber geht dann geht da halt drüber das heißt das sind dann eben auch die bereiche wo man mit offenen short position reagieren muss der plus ziehen na also wer das wirklich ganz verbal noch mal vorgetragen braucht aber das sind dann eben so situationen wie auch hier so eine 15700 da unten hier die 15.049 wo man dann eben einfach den stecker ziehen sollte um weitere verluste zu reduzieren so weil er eben von dort bis 1620 1660 und 16100 ansteigen sollen könnte und das hat er getan so das hat er getan ist jetzt rausgestiegen und hat jetzt das gap zugemacht das gap ist nicht das was ich hier ganz markant und groß sehe das ist schon zu sondern das ist das hier gewesen guckt man ganz oben rechts in die ecke ich kann leider nicht anders zeigen ich kann es nur so machen ganz oben rechts in der ecke seht ihr jetzt da ist noch ein gap hier bei 1660 rum leuchtet da orange die obere zweite das ist die obere gab kante gewesen die ist nun geschlossen worden das heißt der dax hat nach oben momentan keine offenen gaps mehr hatte keine mehr hat nach unten aber noch relativ viele sehr 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 viele sogar wir haben das tiefste gap glaube ich bei 8800 bis 9200 zieht das hoch das ziemlich groß und dann haben wir noch mal bei 9500 noch mal so ein großes gap die sind alle beide ziemlich fett aber unten haben wir genügend gaps wir haben sogar auch das gap hier das ist ja auch ein gap hier von 15 8 49 guckt man da wieder orange leuchtet bis hoch an die an die an die nächste folgende kerze da ist auch ein offenes gap ja das heißt aber jetzt nicht dass der dax jetzt hier weil er das letzte gap zugemacht hat wie eine heiße kartoffel nach unten fällt und einfach weg bricht das heißt es nicht wäre natürlich schön ich würde mich auch darüber freuen aber worüber wir eben jetzt hier sprechen müssen ist dass das echt noch stabil aussieht das heißt wenn der nach unten will möchte ich mindestens am dienstag sehen dass er unter die 16.000 fällt die 16.000 oder sagen wir 15 990 ist hier das tief auf der kerze das tief auf der unteren kerze das ist echt behindert wenn ich hier nicht mit der maus zeigen kann ja da unten die die spitzen seht ihr die spitzen von den letzten zwei kerzen die da oben in der ecke jetzt erscheinen ja die beiden kerzen ganz rechts oben in der ecke da das tief drunter das wäre mir wichtig für den dienstag das muss herausnehmen damit er runter kommt wo geht er dann hin dann geht er nie 49 und die 29 15 49 und 15 29 natürlich von oben kommt jetzt erstmal super unterstützung die können richtig gut nach oben zwirbeln ja also richtig gut nochmal nach oben anziehen machte das aber nicht dann stimmt was mit dem bullen nicht mit den käufern nicht dann haben sie sich vielleicht zum jahresauftakt verausgabt und kriegen dann ihre quittung dafür machen die das aber ballern die den von 19 15 49 40 15 920 wieder gerade nach oben dann gibt ihm feuer also dann kann er hier volle volle pulle nach oben durchziehen wichtig ist bloß weil ich werde jetzt gleich ein paar zahlen nach oben nennen die werden dem einen oder anderen wieder ein bisschen die augen verdrehen aber es ist einfach wichtig zu sagen damit er fällt brauchen wir verkaufssignale wir brauchen harte rote kerzen wir brauchen dominanz in roter farbe wir brauchen blut auf der kerze der muss bluten der dachs dem muss das blut von der stirn bis zum knöchel runterlaufen dann fällt er auch weiter ne und das muss man da sind wir wieder beim thema mit den vorsätzen zum 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 neuen jahr ne man muss sich das einfach zu herzen nehmen und versuchen wirklich zu handeln was man sieht das heißt eben auch mal in der schieflage in der position die nicht läuft zu realisieren weil die meisten die machen das nicht die die sagen sich in so einer position die sind jetzt beispielsweise hier irgendwie 15.500 sind die short drinne dann gucken die sich das an dann läuft 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 und dann sagen sich naja bis wohin kann er denn jetzt bis 16.000 16.100 ist doch kein problem das kann ich mir nur angucken was sind 500 punkte das juckt doch mein depot ein scheißdreck so aber irgendwann steht der markt dann da oben so und dann wird es langsam brenzlig und dann wird es juckisch in den fingern und dann handelt man eigentlich emotional immer verkehrt ne und vor allen dingen ist es ja jetzt wenn der dann da steht dann ist es ja die situation eine ganz 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 andere weil von hier aus kann man jetzt sagen ja wenn jetzt die 16.100 nach oben überlaufen wird dann steht er bei 16.300 ja dann steht er bei 230 bei 300 bei 365 bei 490 und wenn er da drüber geht ja dann rennt er sich Richtung 17.000 ein und das sind einfach so punkte wo ich sage warum sich die mühe machen und das alles minus immer aussetzen wenn man es doch kommen sieht und wenn es auch immer wieder so das gleiche ist immer wieder der gleiche ablauf man ist irgendwo short drinne plötzlich kommen nur noch grüne kerzen man traut sich nicht zu realisieren und der markt läuft und läuft und läuft und läuft und läuft und läuft ne und das ist einfach das einfach was wo ich sage wir gucken wenn wir markante signal auf der unterseite kriegen wenn wir short haben wollen wenn wir short handeln wollen und solange die nicht kommen solange wir stärke sehen orientieren wir uns nach oben das heißt wenn der jetzt grüne kerzen zeigt zum dienstag dann lassen wir den reinlaufen in die 16.120 in die 16.100 wir lassen den reinlaufen in die 16.230 und auch in die 16.300 wo das allzeit hoch ist dann das planen wir einfach mit ein als kapazität als puffer den wir den markt jetzt oben noch einräumen und wenn er da drüber hinaus läuft dann läuft er eben noch drüber hinaus auch am tages schaut sich das ganz interessant aus damit ich short handeln kann wenn ich jetzt short zum beispiel bei 15.49 beendet hätte dann würde ich den erst wieder aufsetzen wenn ich jetzt wirklich richtig rote kerzen sehe und da ist es immer so dass viele immer so diese angst haben oh ja dann verpasse ich ja die sitzen dann hier 15.500 der short drin weil sie nicht schließen wollen weil sie denken sie kommen ja nicht mehr oben dann irgendwo im top rein und müssen dann irgendwo 100 punkte tiefer wieder rein aber es ist doch alles besser als wenn ich dann sowas mir alles nur rückwärts angucke ne und man erkennt es man erkennt es immer wenn der markt rund stößt wir sagen auch in jeder analyse wo der markt kurz bevor er dreht drehen wir unten nach unten ziele auf das macht wieder ordentlich aus aus zufall weil wir immer in beide richtungen zeigen nee nee das sind so eine tage sind immer die tage vom top weg wo bewegungsspielraum einsetzt wo wir anfangen kleine pfeile zu setzen die wir vielleicht schon vorher hatten und uns nach unten dann einfach öffnen rücklaufziele raussuchen gucken wenn die marke fällt dann geht noch die wenn die marke fällt dann geht noch die und auf der anderen seite dann sind es immer wieder so bereiche wie hier erinnert sich vielleicht auch noch der eine oder andere dran ne wo der markt einfach wo war denn das gewesen warte mal das war glaube ich hier ein bisschen weiter zurückliegend ne das war auch mal so eine phase da haben auch gesagt also wenn er jetzt hier über 15.600 schreitet dann hat long auch nichts mehr zu suchen weil einfach der abwärtstrend bricht da gab es hier so eine schräge linie die von links oben nach rechts unten durchging da haben wir gesagt hatte short nichts mehr zu suchen hier ist es wieder das gleiche hier war es die 15.700 wo man gesagt haben dann muss muss man sich einen zettel an den bildschirm kleben dass man das auch wirklich beachtet und das so würde ich einfach das ich würde es einfach ach was ich verstehe alles was ich sagen wollte ihr versteht alle was ich ja sagen will ihr kennt das ja vielleicht oft genug da sind selber falsch gemacht aber es ist einfach wichtig weil das sind jetzt wieder genauso bewegungsphasen wo es jetzt quasi auch noch sagen wir mal kontrollierbar ist steuerbar ist ja wenn der markt jetzt aber da 200 punkte draufsetzt und er steht dann irgendwo bei 300 16.380 dann fangen die leute an quatsch zu machen ja und dann entstehen die situationen wo die leute sich immer richtig die depots kaputt machen einfach unnütz unnötig absolut unnötig weil sie sich dann mit absoluter gewalt und kraft gegen den trend stelle ne also da spreche ich auch aus eigener erfahrung ich habe das oft genug falsch gemacht halt sonst könnte ich das nicht mit so einer überzeugung jetzt hier auch vortragen ne aber das sind dann genau die moment genau die falschen momente wo man dann anfängt mehr risiko zu geben mehr positionsgröße zu geben mehr geld einzuzahlen das macht man nicht wenn einem die position vorne weg läuft wenn man gute gewinne hat dann fängt man nicht an die kreditkarte zu ziehen um nochmal einzuzahlen damit man noch mehr margen aufs konto geben kann und das ist aber hier einfach eben wichtig ne dass man sich jetzt darauf vorbereitet dass man das eben nicht macht weil der markt halt wenn er jetzt oben durch geht auch wirklich rennen kann wir haben einen schönen effekt wir haben einen gap gestoßen wir haben alle gaps oben zu es gibt keine mehr das heißt er könnte durchaus sich damit zufrieden geben und sagen okay 2 21 abgehakt nach oben jetzt gucke ich mir 2 22 nach unten mal die ganzen offenen gaps an aber dafür will ich mindestens sehen dass er unter 16.000 ist mindestens sehen dass die 15 49 15 29 wieder unten nach raus genommen wird und gerne dann gucken wir uns an wie man nach 8 50 kommen wie man auf 7 50 kommen wie man auf 600 kommen und weiter ja aber erst wieder in den roten kerzen drin und solange das nicht ist sind so eine trigger wie hier die 9 40 nach oben immer wieder abbruchssignale für offene short position und longsignale ja das ist einfach so das muss man verinnerlichen das ist ganz 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 wichtig weil dieses mit dem trend handeln die wenigsten können die mit hebelprodukten handeln das ist leider tatsache das ist realität und deswegen muss ich mir auch immer wieder dafür zeit nehmen ähm auch um das eigenschutz deswegen halt ne um mich vor den ganzen mails zu bewahren und den leuten dann hinten raus die scheiße vom arsch abzuwischen ne das ist ja einfach so ne dann sage ich lieber vorher hier komm leg die windel an dann geht es in die kontrollierte hose dann ist es vielleicht mal kurz unangenehm aber es ist einfacher wie hinten raus die große äh kruste dann keine ahnung mit dem meisel abzuschlagen halt ne also das ist macht dann keinen spaß es ist unschön es ist übelste trecksarbeit dann so ein depot wieder gerade zu rücken wenn es im vorhinein doch einfach noch vermeidbar ist ach also im interesse aller und dahingehend einfach noch mal ein bisschen ähm mindset training hier heute na also ein bisschen bewusstseins training auch eben fürs neue jahr immer wieder sich vor Augen zu machen der markt liefert signale man kann sie nutzen natürlich gibt es mal viel signal aber guckt ja guckt doch in den chart wie viele sind das denn wenn ich hier noch rote und grünen kerzen dazu zähle ne dass ich sage wie zum beispiel sowas hier na hier könnte man sagen das ist ein fehl signal in der analyse gewesen ja man erwartet der geht runter und er ist durchgestiegen aber ich würde nie ein short eröffnen in dem moment wo da nicht eine rote katz zu mir das wenigstens anspricht und wenn man das so noch mit bisschen zurücklegt hat man hier eigentlich durchgängig egal wo wir gucken egal was wir gucken immer eine gute immer eine gute quote drinnen allen signalen die irgendwie charrtechnisch ableitbar sind das ist einfach so man muss es dann eben nur einfach noch für sich nutzen das da tun sich viele schwer und noch schwerer in so in phasen ja das ist wirklich ganz kritischer tag das ist wirklich so wenn der diensttag nach unten geht dann ist das okay dann habe ich mir jetzt 15 minuten umsonst den bart fußlich geprabbelt aber wenn der oben raus geht dann wird es echt gefährlich weil hier so steil wie der anstieg ist 100 prozent haben 75 prozent von denen die die videos schauen short position in der zone offen 100 prozent bin ich mir da sicher dass das so ist und das ist auch so das ist auch so dass es immer so ist weil der mensch einfach wie ein mensch handelt ja das sind instinkte die daraus steuern und wenn ich aber profitabel treten will wenn ich das wirklich aufs jahr betrachtet erfolgreich durchbringen muss dann muss ich mich einfach von dieser masse lösen dann muss ich versuchen anders zu agieren wie das was mir instinktiv einfach in die magengrube reingelegt wird ja das ist wichtig ganz 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 wichtig und noch wichtiger ist dass sich einer immer mal hinstellt und das einfach noch mal vor augen hält gut also hier affe zu klappe tot wir haben gehört 16.000 wichtig nach unten öffner für 49 29 super unterstützung um nach oben zu feuern fällt die geht es runter bis 850 gäbe los 87 und 57 drückt es sich aber oben durch ist die 100 die nächste 100 bis 1.18 darüber 230 dann 300 altes altzeithoch dann 365 und dann 16.490 zum dienstag durchaus ein paar davon schon erreichbar ich mache hier aus wünsche euch spaß viel erfolg gutes gelingen und ich hoffe dem einen oder anderen hilft es einfach noch mal dass wir auch über solche sachen doch etwas ausgieblicher einfach auch mal immer wieder sprechen weil es ist einfach wichtig weil wir es jeden tag sehen was passiert wenn es die leute nicht machen gut ich mache zu und sorry noch mal für das etwas andere format hier heute ich probiere mal den anderen neuen rechner jetzt hier statt klar zu kriegen dass ich den alten decken kann bringt hier nicht mal irgendwie eine recovery was oder was den kannst du komplett kannst Feuerzeug drunter halten und nicht drüber freuen wie das knuspert und platzt ja gut alles klar bis morgen bis morgen bis morgen